Wo Leute was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Gerade Valdi befreit, gegen den riesen Mecha-Dude gekämpft, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, erst nochmal nachholen. Und jetzt hauen wir auf Lance die neue Klasse. Ah, weil ich noch nicht auf 20 war. Können wir noch neue Juwelen reinpacken, habe ich ganz vergessen. Hier, klasse. Ach ne, guck mal, wenn man es ein bisschen vollgeladen hat, dann kann man das später auch. Ich nehme das aber mal, weil ich es ausprobieren möchte. Kriegsheiler, das heißt wir könnten einen von den beiden wieder weg machen als Heiler. Es wäre mal interessant zu wissen, SA? 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 Was heißt dieses S da oben? Meistertalent Meistertechniken Jetzt verstehe ich wie ich andere Meistertechniken bekomme. Man muss die Level in die Klasse, so wie ich es mir dachte. Aber ich habe keine Ahnung, wem ich was am besten gebe. Ich kann doch nicht drei Highlines Team packen. Es muss doch so... Ich bin jetzt ehrlich, ich check es nicht. Es heißt Angriff, Verteidigung und Heilung. Was ist das letzte? Strategie oder sowas. Tim, danke dir für den Follow. Viel Spaß bei den Follower Emotes. Also ich stehe hier echt auf dem Schlauch, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich check es nicht so ganz. So, jetzt habe ich das auf 10. Kann ich jetzt hier ein neues Talent reinpacken? Nee. Ich verstehe das nicht. Ich habe doch gerade auf 10 quasi was neues bekommen. Da, steht doch da unten. Meistertechniken, verborgene Dornen und Kreuzschlag. Meistertechniken. Techniken. Und da ist auch irgendwas blaues oder so. Ich check das nicht, ich sage es euch ganz ehrlich. Man kann hier drei Sachen auswählen, aber wie kriege ich die drei fucking Sachen denn? Ach guck mal, die hat jetzt hier drei Sachen. Ich verstehe gar nichts mehr. Wieso hat die denn dunkles Banner und so bekommen? Oga. Oga, Taktika, Sephir. Ich verstehe es nicht. Ah, hier ist das. Das ist das Meisterding. Stärkung bei Rang 15. Klingeln der Ewigkeit. Klingeln der Ewigkeit. Schadensfaktor 1000%. Ich verstehe das mit den Techniken, aber überhaupt gar nicht. Wieso hat die drei Techniken? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wer... Ah, Mann ey. Ich weiß gar nicht, wer was braucht und so. Ich verstehe das mit euch direkt. Und das ist das mit dem Techniken. Okay, ich verstehe das mit dem Techniken. Ich verstehe das mit. Ich verstehe das mit... Aber wie wir das mit dem Techniken sind. Heilschuss, Multi-Explosion, Reinigungsschuss, Schwächungsschutz, Verzögerteilung. Ich bin lost Leute, es tut mir leid, keine Ahnung, wir lassen es jetzt so. Geht in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie schon mehr Ahnung habt. Ich blick's ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Sollen wir mal hier wie ein bisschen Ruf oder wie das Zeug heißt. Koloniepunkte, genau so heißt das. Was ist das? 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 Oh, ich bin ein kleines Freund. Wir sind trotzdem gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Lage in Kolonie 9. Hier gibt es noch Save unten was. Oh oh. Ja. Da ist die Kiste. So verlaupt ich eigentlich mit der. Oh, ich habe was fertig. We just have to persevere. 150. Direkt Level 2. Perfekt. Ah, fast Level 2. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh. wir müssen auf jeden fall ein bisschen mehr leveln ich habe gar keinen bock mehr dass das war die erste invisible wall krass ich habe gar keinen bock mehr so lange für bossen zu bebrochen jeden starken gegner werde ich jetzt besiegen den ich sehe also die mit den blauen schriften und orange schriften das Das war's für heute. Ben Oh, Kantine Okay, erst muss ich jetzt gleich alles noch bequatschen, ne? All right, time to head back Good to add more names There's so much choice Billig, alles billig Vor allem, wenn man nur ein Item einsetzen kann Bis Level 30, find ich auch ein bisschen krass, muss ich sagen Nicht early Better make sure we're well rested Wir sprechen Let's lay out the facts Ey, müssen wir uns das alles durchlesen Die quatschen halt nur Darüber, was wir sowieso schon wissen Können wir uns doch überspringen Wir gucken mal, was passiert, wenn man es überspringen würde Okay, man übernimmt da einfach nur die Mission an Ich glaube Wir können uns leisten Die Sachen mal zu überspringen Leute Weil sonst wird Ja Ich glaube, wir müssen das diskutieren Was ist das? Oh, Kantine, jetzt sind wir bereit zu gehen Valdi Ist das Levenis? Wohl eh, man weiß halt nie, wo führt das hin, das Gespräch Das wissen wir ja schon Ah Man soll also auch zu Kolonien, wo man schon war hin Würde ich gerne machen, wenn es eine Schnellreise gibt Dann würden wir, dann würde ich Ich guck mal gerade, ob es Schnellreise gibt Danke für den Lurk Dann Oha, was geht denn hier ab? Schroh, Bibi Ist das Levenis? Willst du es sehen? Es ist noch ein Werk in Prozess Ähm, dann würde ich mal schauen, ob ich in Kolonien jetzt gerade komme Gut, du willst mehr Namen? Te juxt das Levenis? Schroh, Bibi Lass mir doch sein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's, ne? Da ist noch ein Stern. Das bringt ja hier alles Harmonie oder irgendwie sowas, ne? Deswegen, ich würde mit allen Eimer quatschen. Keine Ahnung, ob das das bringt, aber wenn da ein Stern dran ist... Die machen den Stern ja nicht umsonst da dran. Das muss irgendwas bringen oder machen. Safe muss was machen. Dancil. Da ist wieder Ezia. Na, ist der im Arsch der Welt. Willst du einmal besprechen? Sprechen. Sprechen. Easy. Melodie des Abschieds, angenommen. Können wir auch mal Stufe steigern, mal gucken wie viel wir da kriegen. Ein Level. Ich fühle definitiv stärker. Und jetzt kann ich, wie kann ich die Sachen denn anwählen? Navigation? Ne. Das ist ja die Hauptstory. Da steht sogar bei, welche Stufe man haben sollte. Glück mit vier Blättern. Heimatgefühl. Das ist doch gut. Gut. Das habe ich schon alles gemacht. Kann man hier minus... Das ist schlecht. Kann man dich nicht nur abgeschlossene ab... Ah. Auf aktiv. Das heißt, das ist aktiv. Das sowieso. So. Sammelt vier Glückklee. Frag ihn, wo welcher wächst. Das machen wir. Oder ich mache erstmal das, weil Stufe 18. Unwirtschaftlicher Hügel. 300 Meter. Das laufen wir. Okay. Verstanden. Let's go. Paar Sidequests machen. So viel Äther. Und jeder blaue und rote Gegner wird zerstört. Da gehen wir aber schnell hin. Oh. Surprise! Wo ist das jetzt hin? Kann ich jetzt auf der Karte sehen. Boah, da hinten. Können wir jetzt markieren. Marker setzen. Ich muss bestimmt wieder durch das Loch da, ne. o Vollgas- Texas. Ha! Ha! Bismarck! Nur mit. Oh, und auch shiniesnetes hopefully. Das freut mich doch. Das freut mich doch. Ich glaube, weil ich jetzt so ein hohes Level habe, greifen die normalen Gegner mich gar nicht mehr an. Einfach so. Das freut mich doch. Guck mal, das kann man auch überspringen. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Einmischung. Dann porte ich manchmal. Ups. Boah, Porten geht schnell, ne? Krass. Voll damit gerechnet, dass es jetzt erstmal dauert. Wie komme ich denn da rein? Von der anderen Seite? Irgendwie. Boah, ich freue mich schon, wenn ich so einen riesen Typ plätten kann. Mann ey. Welches Level hat der? 50 oder so hat der, ne? Unwirtschaftlicher Hügel. Wieso hat Noah die falsche Waffe? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber jetzt hatte wir ja die richtige. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also die Meisterung, die ist ja übel stark, fühle ich. 5 von 17. 6 von 17. Glaube ich verwandle nicht mal. Das war's. Alter macht doch Schaden. Eigentlich ist es ja auch vielleicht ein bisschen überschrieben als für die kleinen Bücher. Das war's. Ist das nicht der, der letzt irgendeine Folge Mio killen wollte? Der Typ? Oder der? Ja, siehst du, ich wusste es doch. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das denn? Okay, neue Mission. Hallo Amarelli. Gott, Leute. Ich muss hier Bücher lesen. Abgeschlossen. Ich sehe, einige Relationen haben verändert. Und ein Blauer. Auf ihn. Boah, 5000 macht das. Körd mir. Bezwungen. Das Problem ist, es macht auch keinen Sinn, dass es eine Girl mit den Gun ist. Weil die hat keine Gun. Ich will das nicht machen, aber du bist in unserer Wunsch. Wir schauen uns an. Wir werden unsere eigenen Weg. Krass, wie schnell jetzt so ein Level 14er Daoud ist. Werde ich mir vor ein paar Folgen die Zähne dran ausgebissen. Ich meine, da gibt es jetzt auch nur 50 Erfahrungen. Das ist aber nicht mehr so viel, aber ist gut. Oh, da hinten ist noch einer. Fast Stufe 3 schon. Fast Stufe 3 schon. Fast Stufe 3 schon. Das ist ganz cool. Die greift mich gar nicht mehr an, weil ich sowas Level bin glaube ich. Das wäre auch sonst übel nervig wenn, sagen wir mal, du läufst ja jetzt Level 80er rum, weil du noch irgendwelche Kleinigkeiten machen willst, dann greift sich jedes kleine Hühnchen an. Das ist schon gut so. Das ist ja auch bei den meisten RPGs so ne. So. Nächste Mission. Melodie des Abschieds würde ich sagen, ne. Oha. Okay, haben wir ein Stückchen was zu laufen. Elite. Level 12. Egal. Elite. Ich hätte gerne nochmal so einen Orange nennen. Ich glaube der ist mächtig. Ich bin jetzt auch nicht. Hä? Ach, wir würden jetzt auch gehen. Okay. easy es lohnt sich gar nicht schon es lohnt sich fast schon gar nicht mehr die zu killen weil der hat gar nichts gebracht und die habe ich hier schon befreit ah guck mal das ist genau das wo ich letztes Mal irgendeine Folge wollte ich hier runter und dachte oh da komme ich aber nicht mehr hoch jetzt muss ich hier runter ich erinnere mich das ist hoch boah das war ein fettes Vieh welches Level hat das? Elite? Level? 15? Das schaffen wir geil hier hier was? hier Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Auch viel Leben, ne? Dafür, dass der Level 15 ist, übel viel Leben. Das war's für heute. Amarelli 4, glaube ich. Das war's für heute. Ich bin die Mädchen mit den Gallen. Okay, wo geht's lang? Da lang. Wie witzig, hehehe. Einfach durchgelaufen. 41 hab ich da vorne gesehen. Gar nicht gut. Was ist das? Boah, was sind das denn für fliegende Fische? Elisstraße. Was ist das denn? Ich hätte besser sie weggegeben. 3 ist fehl? Sehr gut. Gut, geschafft. Fast Stufe 3 erreicht. Ich guck jetzt hier mal kurz über den Hügel. Okay, das ist glaube ich so ein Gebiet, wo ich noch nicht hin sollte. Missionen. Als nächstes würde ich sagen, Glück mit vier Blättern. Ich lasse wieder hier hin. Das Gute am Rallye ist, beim RAV Projekt, wenn jemand reinkommt und sagt, kann ich mitspielen, kann man einfach sagen ja. Ja. Sicher. Ja. Gut, für euch noch ein paar Namen. Glück mit vier Blättern. Guck mal, da kann ich es überall hin. Einzigartiges Grabreisen. Easy. Wer was machen soll, nee, das machen wir alles spontan am Sonntag. Machen wir alles spontan am Sonntag, Amarelli. Ich sehe, dass ein paar Relationen verändert haben. Ich sehe, dass ein paar Relationen verändert haben. Guck mal, ich glaube, das konnte ich das letzte Mal nicht machen. Das mache ich noch schnell. Ach, ich muss hier sogar hin. Komm, rander. Okay, ich sehe, aber auch ein paar Leute. Ich sehe, ich sehe, ein paaranka. Ich sehe, ich sehe, es ist Attentale. Das war's für heute. Das war's für heute. Viel schafft. Nur die kleinen Viecher. Das war's für heute. 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 Ich verstehe das nicht so ganz. Soll ich jetzt hier random irgendwo was aufsammeln? Sammeln das gesuchte 4-Glück-Klee. Okay, das heißt es ist hier wahrscheinlich einfach irgendwo random. Einmal. Und da, okay. Und jetzt zurück. Ja. Oh, was hier? Oh, was hier? Ether-Kanal. Was hab ich denn nicht gesehen? War versteckt? Oh, ist der da unten? Du kacke, wo ist der? Ja. 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 Ich wollte mich nur hier hin porten. Ups. 200 Harmonie. Schön. So, was will eigentlich der Papa? Ach, da wollte ich eben Teile haben. Teile machen wir in der nächsten Folge, Leute. Wie ihr wisst, wie immer, Like auf dem Video lassen und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Mal rein.